Hallo Leute, willkommen zur Neufolge. Heute spielen wir den Parcours mit meinen Schwestern, Victoria. Hi, hi, hi. Und meiner anderen Schwester, Anastasia. Ja, wir sind untergefallen. Fuck, fuck, fuck. Warum? Ich bin untergefallen. Ah, hör auf. Ich bin die Beste. Ich bin nicht das. Wenn ihr einen Hintergrund hört, das ist ein Staubsauger und nach einem Hintergrund, das ist unser kleiner Bruder. Und den ersten. Ich habe einen anderen ersten Level. Ist der auch noch? Ja. Ich bin gelacht. Wie kann man da hin? Wir haben aber keine Ahnung. Ich kann nur im ersten Sprung. Weißer. Hä, lol. Ich komme gar nicht weiter. Hä, lol. So. Entschuldigung. Ah, jetzt weiß ich wie. Mh, ist klar. Mensch, das ist ein schlechter Jump'n'Run. Das ist ein schlechter Jump'n'Run. Das ist ein schlechter Jump'n'Run. Nö. Nein! Passt! Guck mal, ich habe gerade getrunken, mein kleiner Bruder. Ich habe nie erst getrunken, mein kleiner Bruder. Ja, kleiner, das interessiert niemanden. Scheiße. War er lecker? Ja. War er lecker? Ja. Wie kann man mit Salawa schwimmen? Gar nicht. Ich bin die Könige. Nein. Ey, du zieht es? Ey, du zieht es. Nein. Du nimmst hier Sachen. Was machen? Ich will für uns alle. Das kann man noch gar nicht angreifen. Das ist unfair. Ich habe mir schon jeden Sprungkraft gegeben. Hi, ich bin unten. Warte mal kurz, ich teleportiere dich hoch. Was mache ich hier unten? Los, 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 los. Ah! Wenn du gestorben bist. Warte kurz, Nassi. Nassi, komm her, keine Sprungkraft. Ich. Ja, warte, ich mache selber gerade weiter. Ganz leicht. Ich habe keine Sprungkraft. Wir kommen dahin. Ich auch nicht. Scheiße, ich habe das Kipfel geraucht. Ah, gell? Es ist mit Sprungkraft so leicht und ich war kackt. Okay. Ich habe auch keine Sprungkraft. Ja, ich weiß, dass wir wünschen. Was? Zwei. Da ist die Kaliber. Bähig. Mama. Darum schreibe ich die beiden versucht, um Slava zu tun. Neugier auch. Ja. Das ist hier. Das ist hier. Was ist das? Soll es? Na, warte. Boas, komm. Lass uns hier das wegsetzen. Geh, Mann, komm! Komm, wir kam, sie gehen! Geh hier! Kuchen, wir essen. Na, es geht nicht? Wir müssen gehen! Wir müssen uns einmal die Kuchen machen. Was hast du geschrieben? Schnell ich bin. Ja, hab ich auch mal hingeworfen. Du musst so machen. Weil ich das mit Tränke mache. Leicht. Zwei und drei. Lebensraum. Sie hat voll was gebracht. Was? Krichelt bringt was? Ja. Ich habe aber keine. Eins, zwei. Hast du es geschafft? Kannst du mir auch machen? Ja! Ui! Soll ich da versuchen, zurückzuspringen? Ja, mach ich mal. Das ist ja erstes Polarisch, eigentlich. Wow, wow. Das ist doch, ne? Das ist doch besser. Warte, 1, 2, 5, 2, 5, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 3, 3, Ich weiß, dass der leicht ist. Das ist bei mir auch nicht richtig. Nein, ich hab's jedenfalls abgebaut. Riecht der nicht richtig. Der war nix, so. Das ist dieses Teamwork ist der. Mama, Mama. Bei dir springt der nicht richtig? Weil du keinen Sprung hast. Mama, Maxi will noch mehr. Weil ihr keinen Sprung habt. Wow, den Essen schaff ich immer. Aber das ist so langsam. Der erste ist voll leicht. Papa, Maxi will noch mehr. Ich hab euch sogar Geschwindigkeit 2 gegeben. Eigentlich hatten alle. Aber wie soll ich hier rüber alle? Nein, ich hab geangt. Hä, wie komm ich da rüber zu dir? Ja, weil ihr gestorben seid damals. Das ist keine Leiter. Geschwindigkeit 1,2 geht in 1,7 Millionen. Da wird 2 geschafft. Okay, warte. Wir sind im dritten Level. Deswegen hab ich's gemacht. Kommt. Ich will auch mal was schaffen. Kommt. Sprungkraft. Ich auch. Wo bist du? Danke. So. Hey, man schafft das. Ja, du musst ab hier, glaub ich, absprich. Ja. Lol. Das ist richtig weh. Oh Mann. So ist er sehen. So ist er sehen. Pasch. Ey, du cheatest. Ja. Cheater. Ja, deshalb schaffst du es auch die ganze Zeit. Ja, ich geh dann. Ja, also lass mich doch auch cheaten. Ja, das Problem ist, ich hab keine Lust die ganze Zeit immer wieder die Tränke zu holen dann. Doch. Ich hab keine Lust. Ja, aber du kannst fliegen dunkel. Oh, Entschuldigung. Oh. So ist er sehen. Geh gleich raus. So ist er sehen. Jetzt höre ich nicht. Ich höre nicht. Ich bin Cheater. Ich bin Cheater? Ja. Okay, Vika ist das Spiel verlassen. Wieso? Wo du ein Cheater bist. Ich bin nicht Cheater. Du kannst fliegen, Cheater. Da hast du das Spiel auch verlassen. Soll ich etwa... Guck mal, Vika, ihr wollt doch... Vika, du willst doch eine eigene PvP-Welt bauen, oder? Und du darfst da drinnen spielen, oder? Nö. Kein Bock mehr. Kein Bock mehr. Ja. Durch kann man gar nicht spielen. Hä? Wir haben gerade gespielt, aber du kannst fliegen. Wie benutze ich das, um rüber zu kommen? Nein. Ja, wenn du runtergefallen bist, fliegst du schnell hoch, wird das hier kaputt gebaut. Ich könnte auch so machen, dass ich nicht fliegen darf. Was? Entwerbung, Vika. Ich nicht. Warum ist das hier so lang? Normalerweise darf man das nicht mal mit Tränke machen, bestimmt. Ja, du machst... Ja. Ja, aber du... Weißt du, was du machst? Weißt du es nicht, ne? Du fliegst runter, du fliegst hoch. Soll ich dann eine PVP-Map bauen? Ja. Ein Haus. Wo drin auch ein PVP-Map ist. Warum? Wie schön ist das? Gar nicht. Du willst ja nie PVP spielen. Hör auf, Nass. Ich mach dich nicht raus. Mach nicht. So. So. Nein. Okay, das war's halt. Ich hoffe, es hat sich alles abgebaut. Okay, das war's halt. Ich hoffe, es hat sich gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.